So, damit herzlich willkommen zurück zu unserer ersten Mission, nachdem das Tutorial an irgendwelchen Bugs verreckt ist, was halt auch mal passieren kann. Ich hoffe, die Aufnahme geht weiter gerade, denn das ist, naja, Standard-Bug beim Ladbalken, das ist dann hier einfach nur das Zahnrädchen. Warte, das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ihr meinen Mauszeiger jetzt seht. Oh, oh, ganz schlecht. Das ist das Laden, das tut doch was. Das ist, das ist, das ist das Problem. Irgendwie gibt's, ah, gut. All right, Pilots, this is the part of the exercises you've all been waiting for. We've noticed, that some of the comments by the text behind the CNP have gotten on your nerves. I believe the one about a Nugget and a CNP-equipped Viper being better than any of Theseus' Pilots was the worst. I've suggested that we put this to the test in the next round of simulations. We're going to put several Nuggets through a series of tests, and we'll then play the exact same tests for you in a non-CNP Viper. We're counting on you as a skilled pilot to defend Theseus' honor here. Today's trials will compare your performance in a non-CNP Viper to our Nuggets in CNP-enabled ones. Tests will range from assessing basic skills like targeting and gaining a missile lock to a full-scale combat trial against multiple opponents. We will then have you against one of the Nuggets in a dogfight to decide if the text claims really are true. Show us your best performance out there. Dismissed. The second part is the same. That's enough fuel. There's a lot of fuel. Wer denkt, that the orange one there are 2,45 feet outside, but still fuel for 3 hours with them? That's close. Ganz ehrlich. That's close. So, let's see. Wie hieß das Instrument? Was wir gerade hören? Oh, das ist so schön. Geh raus. Hey, hey! Oh Gott, Rol ist lockt. Test beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Was genau soll ich machen? Na, meine Sension ist direkt deaktiviert. Gut. Jetzt werden wir Ihre Reaktionzeit mit secondary Weapons testen. Obtäne ein Missile-Lock auf alle drei Drones. Target ein Drone und center ihn in Ihren Rettigl, bis ein Lock-Indikator informiert, wie Sie zu schießen. Test beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss mich hier wieder durchschalten. Ich hätte es dann selber aussuchen können, welche wir hier nehmen. Was ist denn unsere Reichweite? Okay. Für die nächste Trial, Sie müssen jedes Target einmal, mit Ihren Rettiglern zu schießen. Sie werden bei Multiple Hits verabschieden. Herrlich. Test beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Was? Wenn Sie in der Rettiglung von einem Target, Ihr Rettigl wird herausfinden. Das ist ein Platz, wo Sie müssen, um Ihren Rettiglern zu schießen. Sie lassen sich über Ihren Target und fliege weg. Alter, ist das gleich schwer gewesen. Man hat halt keine Automatikunterstützung. Man fliegt hier halt echt so rum, wie man es tut. Und ich muss mit dem Weg zielen. Da hilft mir nichts bei. Super laut. Oh, das ist laut. 5, 4, 3, 2, 1. Allerdings habe ich schon 40 Schuss verscheuert, ne? Muss man halt auch mal dran denken. Sind wir schon in Reichweite? Juhu! 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 Oh doch, hat getroffen. Okay. Die headge kokten Fettig! Die Komponentenisaatzeante kann mit und zufilzieren und electronicspalten berبر, die Außen-Richerheit im Markt zu den Lحدen Hiszluft werden. Öffentlich wird solcheа-Riehege verbundenen aus der Theseus bei Grenzen-Waffeamten. Ihr solltrið somit diese Wärm actressen in die Wärm assistieren. Ihr systemen vom Lied in Ostern wird, die Wärm assistieren, die Wärmther aktive Wärmesserung, die Wärmessen kann. Die Wärmesserung der Siegte, und der Letztes entdeckt der Wärmesserin wurde die Wärmesserung in den Lecken. Ja, und jetzt? Achso, die müssen jetzt mal launchen. Test beginnt in 5, 4, 3, 2, 1 Hat noch keiner abgefeiert? Warum es launcht? Achso, das sind keine echten. Die hätten mich übelst weggemacht. Entschuldigung. Nein, ich will die Bombe verlieren. Das ist die Bombe. Das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, auf den sollte ich jetzt gerade nicht schießen. Das sind keine Bombe mehr. Ich glaube, die muss erst mal launchen. Das kann das sein. Ja, der macht das neun an. Also ich höre meine eigene Stimme nicht wahr. Dieses Antriebsgeräusch macht mich alle. Das ist die Bombe. Er will diese Bombe mal schießen. Langsam. Jetzt dreht er. Das ist die Bombe. Okay. Die Hitsbox für Bedingungen ist, glaube ich, ein bisschen größer als die Rakete sind, aber so leicht kann man die noch nicht treffen. Ich hoffe, das ist das. Die Tests sind geschlossen. 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 Glaubst du, das ist ... Also das ist glaube ich nicht ganz richtig, dass die Kamera da rumfliegt. So. Dann schieß mal. Warte. Hier funktioniert das X. Eh. Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, oh, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht X, ah, ne, damit wächst ich nie durch, äh, scheiße, Moment, das muss ich nachgucken, ich muss ja wissen, wie ich hier, das wäre schon ganz sinnvoll zu wissen, Launch, Counter, Measure, muss natürlich X sein, ah, was ist, ach, Downfrust, ach, das ist Downfrust, das muss ich ändern, ganz dringend ändern, Da sind niemanden da, hier Shift und das, andere, ne, das können wir nicht, ähm, das ist nicht, eins und zwei Was ist das? Multiplayer, ne, das ist ja Mir ja relativ wumper So, dann haben wir das auf eins und zwei, die Countermeasure auf X Y dürfte jetzt also auch frei sein Countermeasure auf X Up und Down ist eins und zwei Left und Up ist, genau, Up, Down So, das heißt, wir gehen jetzt auf X So, die Countermeasure ist raus Gut, Sarah So eine coole Anzeige kriegen wir dann aber nicht Hab ich nichts getroffen? Ich weiß, ich hab gar nicht Schon wieder nichts getroffen, das ist ja Wahnsinn Ja, jetzt hab ich halt auch erst abgekriegt, scheiße Triff doch Alter Das ist gar nicht so leicht Was? Übrigens spielen wir auf Schwierigkeitsstufe schwer Was soll ich vielleicht nochmal ansagen? Oh komm, wir hätten doch jetzt andere treffen müssen Meine Güte Voll So gar nicht so leicht Oh, geil Dann drei zuerst Schicken wir der weitere geht jetzt zuerst hin, würde ich sagen Ja, wir machen jetzt hier mal ein bisschen mehr Knallen Das ist die obere, das sind die beiden Aua Scheiße, die hab ich beide gefressen Aber hat irgendwie nicht beschädigt Das ist alles gut Aua Die hat getroffen Alter Ich stell mich auch ran mit der letzte Oh, das war ein so schöner Treffer Wow, der hat mich fast gerammt Ich zieh mir ein bisschen zu hoch Ja, das war ein schöner Treffer jetzt Dann hab ich da nochmal was gekonnt Durch die stehrende Seite trifft man hier auch ziemlich schwer Dadurch ist es nicht so glatt Das war's Oh Das heißt, das ist eine CMP-Disabled Viper, richtig? Ich sehe ihn gar nicht. Hey, der geht deutlich schlechter als in mir. Nein. Ja, das sieht man wie in mir. Oh. Oh. Wenn sie nicht aussehen, kann ich einen Lager, den Platz zu machen. Danke! Oh. 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 Die Konversation liegt mit dem Pilot, um welcher Lendenbäde ihnen mit den mindestens gefährlichen Lendenbäden zu verhindern. Die Chiefs werden Katanz haben. Was sehen Sie, was du mit dem Viper gemacht hast? Viper setzte, K1, DCS. Skate-Statter, Backlog-Security. Ja genau, wenn man das reinknallt hat und man eine schöne Bombe hat. Du hast geschafft, dass das CNP nicht für einen skilled Pilot ist. Aber natürlich, behalte deinem eigenen Nugget nicht viel. Personally, ich denke, es ist nur ein paar Zeit, bevor du dein Top Gun-Statust auf den Theseus verhaut. Obit performt damn well in den CNP-Trials, und es ist nur ein paar Zeit, bevor er unser nächstes Top Pilot ist. Vielleicht, wenn du deine Skills auf den CNP-Titeln kannst, kannst du den Titel behalten. Unfortunately, wir werden nicht mehr Zeit mehr zu spielen, ohne den CNP-Titeln. Orders haben nur in drei Monate langs der Armistice-Line. Wir werden wahrscheinlich die letzte Ship-Titeln in der gesamten Fleet werden, um die CNP-Titeln zu bekommen. Du hast ein paar Tage, um deine Dinge in Ordnung zu bekommen, bevor wir den Titel verhaut. Ich empfehle, dass du den nächsten Shell-Titeln zu Pi-Con. Dismissed. Bedeutend collaborating mit sichtbrechen Leute Bombschubdowns... 4 Bombs criticalです! Ne, geht ja noch isst Control-1-65 Sekunden ja... Anality Points 1 verstehe ich nicht. Egal. So, weiter geht's. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Erstmal rötzt du dich das Spiel ab. Nee, diesmal hat's gehalten. Gut. Man hört bestimmt das Rauschen meines Lüfters. Der hat natürlich auch ein bisschen was zu tun. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, das Spiel, wa? Ich glaube, es ist für 2012. Ist aber schon 4 Jahre alt. Befall. Aua. Das ist hell. Hasan Kazmi. Witzige Namen haben sie. Das ist das Team. Ich hab keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Da sind zu viele Konsulanderweilen. Jetzt kommen die Unwichtigen. Die kommen gleich zu 4. Wollen wir das mal überspringen oder gucken wir uns das an? Oh, da fährt jemand seine Waffen hoch. So, so war das Tränen vorbei. Klingt so, als ob's das gewesen wäre. Oh, da fährt jemand seine Waffen hoch. Ich mag es zu sein von den Basissternen so unglaublich. Diaspora, Shattered Armistice, also schattierter, also keine Ahnung, verkackter Waffenstillstand. Nee, Shattered, 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 fällt mir gerade nicht ein, aber Armistice ist Waffenstillstand. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich von uns reingehe, wenn ich mich betroffen werde. Oh, ich habe etwas abgekriegt, ich habe etwas abgekriegt. Ach so, er funktioniert nicht. Oh, herrlich. Oh, jetzt war er mit von ihm. So, er funktioniert wohl. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Warte mal. Wir wollen jetzt... Hab ich. So, jetzt gibt es auf die Fresse Basis-Sterne. Wieso schießt der schon zu früh? Hat die eine größere Reichweite als ich? Warum eigentlich habe ich keine Raketen mit? Das wäre jetzt nicht klar. Ich muss mich ganz kurz um die Jäger kümmern. Danach kümmere ich mich um die Sprengköpfe. Lebt er noch? Aua, ich habe einen abgerecht. Ha! Der Idiot. Ach, nee. Oh, gegen vier, das ist nicht gut. Aua, das war sehr schmerzhaft. Ich muss hier weg. Scheiße, ich muss hier dringend weg. Scheiße, das ist ein ganz großes Problem gerade. Alter! Wie lange sind wir denn noch in deren Reichweite? Oh Gott! Das war sehr schmerzhaft gerade, aber vier gegen einen ist es nicht mehr. Dein Basis-Sterne. So, haben wir keine Reinforcements, wie auch immer. Naja, hoffentlich schaffen wir es auch so. Hoffentlich werde ich jetzt nicht von unserer eigenen und glaube ich nicht meine beste Idee hier nochmal hinzukommen. Wir müssen erst mal durch die Flakke gehen, genau. Das schaffen echt die wenigsten. Übrigens würden wir es auch nicht schaffen, wenn wir hier so ein Blödsinn einzuflingen. Wir müssen es schaffen, wie gesagt, wuuuuh, da wurde ich fast getroffen. Gut, das hat nicht funktioniert. Keine Ahnung, wie ich jetzt gestorben bin. Ich glaube, von der Explosion von der Rakete, die gerade in der Flakke gestorben ist, sind wir halt gleich mit draufgegangen. Was willst du machen mit den verbleibenden Prozenthüllenintegrität? Und da puste dich halt so eine kleine Rakete schon mal weg. So, wir probieren das jetzt Ganze nochmal ein bisschen besser. Besser. Hui, da wurde der erste schon drin. Der zweite. Herrlich. So. Warum? Boah, sind schon viele 3.000 gegen die ich kämpfe. Oh. Wir gehen wir mit einem Buzzkill und Sawbones. We've all trained for this, but remember to keep your focus. We've lost too many good people today already. The patients are firing nuclear missiles. We need to focus on intercepting those warheads before they hit the Theseus. We need to focus on intercepting those warheads and target our black batteries. Come, try it before the ammunition goes out. Let's go. Cool. So. So, so können wir uns halt ein bisschen schneller bewegen. Klatsch. Ja, also, wenn wir hier gar nicht tun würden, Theseus würde locker gewinnen. Er ist durchgekommen. Doch nicht. So, wir müssen jetzt wegziehen. Jetzt kriegen wir das Ding voll auf die Fresse. So, wir müssen jetzt kurz zurück. Jetzt kriegen wir das Ding voll auf die Fresse. So, jetzt kurz kurz zurück. So, jetzt kurz zurück. Jetzt dringen wir noch ein bisschen, wer der beste Pilot in der Fläche ist. So. 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 FTO ist in 50% Das ist ganz gut, oder? Das sind die Flaxen, das sind die Kononen, ne? Eindeutig Weil wie nahe die dran sind, ne? 3000 sind auch nicht Das sind wirklich 6 Minuten, da sind wir gesprungen Scheiße, 6 Minuten, da sind wir gesprungen Woah Dammit, I can't get a walk Incoming nuclear warheads! Die Freakers are agile of hell! Oh, uns allen geht's nicht mehr so gut Ah, wieso kann ich mich nicht bewegen? Oh, oh Ich muss rauslassen, ich muss rauslassen Das ist knack Was ist das wieder? Oh, helllich! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh So schnell seid ihr nicht So schnell seid ihr nicht Oh, oh Oh, oh 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 Fliegt ihr netterweise voll durch den Flak? So, und ich muss jetzt zurück. L2G, Börgast. L2G. L2G ist zu sehr getroffen. L2G, Börgast. L2G, Börgast. L2G, Börgast. L2G, Börgast. L2G, Börgast. L2G, Börgast. Lass mich landen. Lass mich landen, du Sack. L2G, Börgast. 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 L2G, Börgast.